von der noble cuisine der welt dass ich schon wieder rinder lecker 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 so wo die macht den herd an heute gibt es nicht nicht weg laufen bleibt hier bleibt hier bleib hier ich befreie euch aus dem blöden baum damit ihr dann auch sterben könnt dafür hatte ich ein bisschen mehr dankbarkeit wie viele waren da gespawnt in dem baum war jetzt echt ein bisschen mehr so und spätestens hier haben wir wieder eine höhle so höhle 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 ist meine workbench da sehr ist mein crafting table let's craft something so time to strike aha kriegt die ist man neu meine achievements oder merkt er sich das eigentlich auch irgendwo da ist aber back oder ist das so gewollt dass das immer alles so wirkt als ich weiß nicht so auf jeden fall hatten wir jeden fall können und wir könnten ja auch mal das ding ausleuchten so spawnt da drin nichts mehr hier oben drauf auf den berg hier kann unsere kemen rate auch nicht sein das wirkt irgendwie falsch bevor wir runter fallen das leben bergkuh jetzt hier gar nicht so breit aber hier geht es runter auch in eine höhle das glatt interessant so das heißt schon sechs 1 2 3 4 ja waren schon sechs 1, 2, so, 1, 2, so, 1, 2, eh. 1, 2, 3, 4, die Kuh ist jetzt so runtergefallen, gut, naja, wirkt halt immer ein bisschen blöd, wenn man das so baut, aber wir haben hier auch ein Kreuz, damit, was für ein Kreuz mit dem Kreuz, wir sind jetzt eigentlich nur außen um diesen Berg herumgelaufen, ne. Also, wenn ich jetzt hier so einfach durchgehe, müsste ich doch gleich wieder, genau, da sind wir dran vorbei, und da hinten ist irgendwo das andere Kreuz, ja, komm raus und brenne, dämlicher Zombie, ein selten dämlicher Zombie, so, wirklich, Mathematik haben sie es ja alle nicht. Zombies. Hat jetzt auch eine nicht, also eine Zombie-Verfilmung oder sowas, gab es jetzt noch nicht, so den, äh, okay, ähm, so den Matheprof oder so. Wurde Zombie, oh, Cow-Tipper, yeah, I am the Cow-Tipper, baby, was auch immer sie mir damit sagen wollen. Da, ey, wie viele Jahrzehnte muss ich denn noch hier im Kreis laufen? Also, bitte, wenn, wenn ihr gesehen habt, wo ich, in welcher Folge ich denn da mal war, na gut, das hilft mir jetzt auch nicht mehr, aber ihr könnt euch gerne darüber auslassen in den Kommentaren, wenn ihr die Höhle gesehen habt, an der ich vorbeilief. Wenn ihr euch sehr verbunden habt, dann könnt ihr mich über mich selber viel besser ärgern, als ich es jetzt schon kann. Achievement, be angry at yourself. Received. So, was war hier? Waren wir hier? Doch, hier waren wir. Hier waren wir. Alles klar, ich bin einmal rundherum schon. Ich bin jetzt einmal rundherum und ich hab's nicht gefunden. Das heißt, ich muss doch irgendwie dran vorbeigekommen sein, so ne Scheiße. Verdammte. Okay. Achso, ja, die Höhle. Alles klar. Okay. Baumschwein. Tschüss, Baumschwein. So. Schöne Schnitzel können wir uns auch machen. Das Essen können wir auch. So. Es wird bald wieder Nacht und ich bin immer noch draußen unterwegs. Schöne, ich gehe jetzt nichts, das ist einfach eine Höhle rein. Bin ich einfach mal hier so quer durch den Wald und bin schon wieder auf der anderen Seite, ja. Na, mal sehen, ob wir irgendwann mal was Bekanntes finden. Vielleicht müssen wir mal in die Richtung laufen, dass wir was finden. Ja, ich könnte die Schweine jetzt alles slaughtern, um der Pig-Tipper, äh, Pig-Tipper, das klingt gut. I am the Pig-Tipper, baby. Also um jetzt Pig-Tipper zu werden oder so. Ich kann es nicht machen, aber... Hm. Ist jetzt auch nicht so zielführend. Ja, ich nehme ein bisschen was nämlich auf dem Weg schon noch mit und es wird wieder Nacht. Das wäre dann Nacht Nummer 3 in der Wildnis. Mit immerhin inzwischen Level 26. Das ist doch mal was, oder? So. Hm. Ist ja Wasser drin. Das Lied hatten wir schon, das Lied hatten wir schon. Ach nee, war letzte Folge, ne, wo wir das Lied hatten. Also, letzte, vorletzte, übervorletzte. Ach mein Gott, welche Aufnahme es auch immer war, ne? Ist schon länger her. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will mein fucking Kiminate wiederfinden. Hier schon wieder irgendwo am Berghang. In der Abenddämmerung. Und weiß ich nicht, was unterwegs ist. So. Aua. Ja, da kommen sie nämlich schon wieder. Hier, hier, Skelette. Aua. Monster Hunter. I am the Monster Hunter. Hier. So, hoch. Es kommt mir alles so bekannt vor, als ob das hier gleich irgendwo und... Ah, ey. Aber ich find's nicht wieder. Ich hab's. Ich bin wieder da. Ah, ist das schön. Dies freut mich jetzt aber. So, zubauen. Zubauen. Noch was richtig zu. Nervt mich nicht mehr. Scheiß Viecher. War noch was im Ofen? Natürlich nicht. Es hat sich überhaupt und gar nicht gelohnt, hierher wieder zu gehen. Es ist draußen schon wieder Nacht. Ich hab schon immer noch keine Schafe und einen Eimer hab ich mir auch nicht gecraftet. Könnten wir langsam mal eine Kiste craften, aber was soll ich mit der Kiste? Dann muss ich ja hierher wieder zurück. Das läuft ja vollkommen zu wider dem Ansatz, dass wir nicht wieder zurückgehen wollen. Jetzt haben wir hier so viele Werkbänke. Und hier so Fernens, äh, Gedöns haben wir ja auch wieder. Genau. So, was wollte ich jetzt? Dirt. Ja. So, das ist für den Eimer. Alles, was wir jetzt nicht instant brauchen, würde ich mal sagen, schmeiß ich da einfach rein. Ja, Dirt. Öfen können wir lassen. Zwei Stacks Kohle reichen auch. Knochen für den Eimer. Strings nehmen wir mit. Um eventuell nochmal einen richtigen Bogen zu craften. So, Leder ist ganz wichtig. Raw Beef. Raw Pork. So, können wir einmal garen. So, gut. Das heißt, wir können ja wieder, jetzt haben wir ja alles erkundet auf dieser Insel. Das heißt, wir räumen jetzt hier diese Höhle. Diese fucking fuck Höhle. Habe ich schon fucking fuck Höhle gesagt. Ich muss es nochmal betonen. Fucking fuck Höhle. Mit fucking fuck Creepern und dem ganzen Gedöns hier. Ja, die räumen wir jetzt leer. Was ist denn jetzt los? Ja, komm her. Komm her. Kriegst noch einen. Kriegst noch einen. Nein. Gib mir nicht eins. Ich geb dir meins. Kein Problem. Achso, da kommen die her. Stimmt, da war beim letzten Mal... Was war denn da drinnen? Enderman? Irgendwie sowas, ne? Ja, 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 ja. So. Kulika, noch mehr von den Viechern. So. Das lohnt sich nicht. So, hier. So. Genau, hier sind wir beim letzten Mal heruntergelaufen. Und wollten dann gleich zurück, aber sind irgendwie abgekommen vom Weg. Also räumen wir das ganze Ding hier leer. Und dann gehen wir entweder richtig nach unten und suchen jetzt Diamanten. Verdammte Scheiße. Oder gehen weiter und versuchen wir anders nochmal unser Glück. Nachdem wir die Kiste da geplündert haben, nochmal rumgelegt haben. Das, was wir wirklich brauchen, getrennt von dem, was wir nicht brauchen und so weiter. Jan C. Döns da. Machen wir jetzt alles. Dass ich alleine zwei Folgen drauf verschwendet habe, im Kreis zu laufen, tut mir leid. Also das, dem neuen Action-Dekret folgend war das nicht so actionreich. Muss ich ja ganz einfach mal zugeben an dieser Stelle. Aber ja. Gut. War auch schon. Ordentlich. Na, siehst du da oben? War auch noch nicht. Schwinge, Dinge, Dinge, Dinge. Schwinge, Dinge, 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 Dinge. Kollege würde sagen, das ist der Ausspruch Schwinge, Dinge, Dinge, Dinge oder Schwinge, Dinge, Dinge, Dinge ist Bizeps umfangmäßig zu differenzieren. War der nicht Anwalt? Ich glaube, der war Anwalt. Irgendwas. Es ist ein einschтерес Alleglet. Ich glaube, der war anis Christian dementsι sozialistisch. Na, wenn ein Anwalt ist. Es ist ein accident wie Keris. Dann immer noch Gelächter. Untertitelung des ZDF, 2020